Hey Leute, mein Name ist Matthew und falls ihr euch fragt, wo zur Hölle Grange steckt? Naja, er macht momentan einen Ausflug zu New York. Das bedeutet, ich spring für ihn ein. Er hat mir sogar eine Postkarte geschickt mit einem Bild von ihm. Oh, ist das nicht niedlich? Naja, weil ihr mich noch nicht kennt, offensichtlich. Sollte ich euch vielleicht sagen, was ich auf YouTube mache? Und zwar, ich mach Commentary-Videos. Ich kommentiere Leute wie diesen Typen hier. Seht ihr das? Ich kann mich mit Joghurt einschmieren. Ich kann mich mit Joghurt einschmieren? Hey, und wenn wir schon bei krank und abgefuckt sind, ihr werdet nicht glauben, was ich letzte Woche gefunden habe. Ich mein, was zur Hölle? Die presste ohne Hilfe einfach ein Baby aus ihrer Scheide raus. Was ist das für eine Scheiße? Und der verrückte Teil ist, dass dieser Scheiß auf YouTube ist. Aber falls ihr gedacht habt, dass das alles ist... Wir sind noch nicht fertig. Das war alles, okay? Also, das ist der Punkt, wo ich sage, tschüss, abonniert mich, was auch immer. Aber seien wir ehrlich, ihr werdet mich nicht abonnieren. Also, ich hoffe, ihr verreckt den Krebs. Mein erster Eindruck, als ich es das erste Mal gesehen habe, hochniesige Zicker. EINSTOPP! Jetzt reicht es! EINSTOPP!